Hallo und herzlich willkommen in Dr. 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 Tanu. Heute bin ich erst einmal in deutscher Version, weil sehr viele Leute haben gefragt, warum ich auf Englisch mache. Weil ich bin in England und ich muss auf Englisch reden, weil ich ein Doktor bin. Also heute, ich erzähle euch, was in dem ersten Teil passierte. Also, beim ersten Teil habe ich über Weinen erzählt. Warum Menschen weinen? Es gibt sehr viele Gründe im Weinen. Weil, 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 im Weinen ist sehr viel los. Sehr viele Leute weinen am meisten. Ich zum Beispiel weine beim traurigen Filmen. Aber, 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 manche Filme, manche Leute, also manche Leute, nicht Filme, manche Leute. Manche Leute, die weinen, paar Leute weinen, weil, weil die Probleme haben. So, in generell, ja, dafür, Leute, wenn man weint, das beste Medizin hat eine Frau gezeigt. Das Medizin ist Schokolade. Sehr viel Schokolade essen. Schokolade macht Leute munter. Ja, genau. Deswegen bin ich ein Schokolade-Doktor. Ja, und, hm, ja, hm, ja, hm, wie ich Deutsch gelernt habe. So, ich habe in drei Minuten Deutsch schnell gelernt. Drei Minuten, drei, drei Minuten habe ich Deutsch gelernt. Aber, ich kann auch so gut, besser, 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 besser reden. So, 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 bei dem zweiten Teil habe ich erzählt, warum Menschen Bauchschmerzen haben. Das beste Medizin für Bauchschmerzen, nicht sofort Parasytamol nehmen, Leute, nicht Parasytamol nehmen. Immer ein Jamaikanisches Cola benutzen. Ein Jamaikanisches Cola. Ja, kann man überall kaufen, überall, ganze, ganze Laden kaufen, wo man sich auch möchte, wo man sich auch möchte, ja. Und, Leute, 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 das Film ist über mich. Ich habe das gemacht, also, nicht ich, also, der beste Kollege hat den Film gemacht, also, der Russischer hat das gemacht, aber, ich erzähle euch, stattdessen Parasytamol zu nehmen, sollt ihr natürlicherweise was zunehmen. Deswegen helfe ich euch auch. Ich bin Doktor, Doktor, Doktor Tano und ich werde euch immer, jederzeit mal helfen, wo auch ihr Probleme habt. Danke fürs Zuschauen und es tut mir leid, wenn ich so schnell am Reden bin, aber trotzdem. Ja, aber trotzdem, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Passt auf euch auf. Und, Leute, nicht sofort Parasytamol nehmen. Das ist ab und zu auch gefährlich. Wenn ihr Bauchschmerzen habt, versucht mal mit Jamaikanisches Cola. Wenn ihr Weinen habt, sollt ihr Schokolade essen. Schokolade bringt immer und immer und immer und immer und immer gut. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Doktor, Doktor, Doktor Tano und wünsche euch viel Spaß. Ich bin Doktor, 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 Vielen Dank.